Hi, willkommen zum Shop der Woche. Ab sofort gibt es ab jedem Samstag einen kleinen Überblick über den Shop in Minecraft. Wollen wir mal gucken, was diese Woche alles neu ist. Im großen Ganzen gibt es jede Woche ein paar Skinpakete, kleine Minigames und sogar ganze Welten bis hin zu Simulatoren. Also eigentlich eine Welt, in der man eine Aufgabe kriegt. Das Aushängeschild dieser Shop Woche ist ein Bergbauspiel, wo der Sinn drin ist, Ressourcen zu farmen, um sich da denn bessere Ausrüstung zu holen, um noch mehr Ressourcen zu farmen. Für 6 Euro ist das Ganze doch eine sehr umfangreiche Welt. Ich durfte es schon leicht anspielen und war eigentlich auch damit sehr zufrieden. Weiterhin gab es die Woche ein kostenloses Skinpaket, ist bis jetzt immer noch abgreifbar. Falls man Lust hat auf zwei normale Skins, das ist hier einmal unsere Alex-Skin mit einem neuen Cape. Und dann haben wir nochmal unseren Steve-Skin, auch nochmal mit einem neuen Cape. Wie jede Woche gibt es auch neue Skinpakete. Meiner Meinung nach sind das schon fast zu viele. Man wird schon fast erschlagen von den ganzen Paketen. Aber man sollte jetzt die Augen aufhalten. Es gibt schon langsam Thema Halloween in unserem Shop. Von daher, falls man noch keine Halloween-Skins hat, sollte man die Augen aufhalten. Und ein kleiner Abstecher die Woche sollte schon dabei sein, denn wir haben schon einige Halloween-Pakete erhalten. Das war dann schon der Shop der Woche. Ich muss mich hier noch ein bisschen einspielen, aber ich hoffe, das klappt. Ich möchte das Ganze einfach machen, weil ich schon oft genug hatte, dass man kostenlose Sachen abgreifen konnte. Nicht nur unbedingt nur zwei Skins, wie heute zum Beispiel. Nein, es hat schon mehrmals andere Pakete gehabt. Und von daher möchte ich das jetzt einfach mal einführen. Damit du immer auf dem neuesten Stand bist, so die Woche kann man was kostenlos abgreifen. Oder welche Pakete sind da gerade drin. Vielleicht ist ja immer was dabei, was man auch gebrauchen kann. Ihr könnt ja auch mal sagen, wie findet ihr eigentlich, dass Minecraft jetzt hier vorne im Hauptbildschirm das Ganze animiert hat. Ein bisschen mit dem Marktplatz oder Shop. Ich weiß nicht, warum sie das umgenannt haben. Naja, aber mir gefällt das Ganze. Ist ein bisschen aufweilender, dass man da vielleicht auch mal raufklickt. Na gut. Ja, dann war es das hier erst mal wieder von meiner Seite. Dann hören wir und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge wieder. Ansonsten wünsche ich dir ein erholsames Wochenende und ein Haustereien. Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.